Der Sinnunternehmer-Podcast Folge 45 Träumst du davon, dein eigenes Ding zu machen und deinen Weg zu gehen? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Inspiration und Motivation für ein selbstbestimmtes und freies Leben. Es ist Zeit, deine Träume zu verwirklichen. Schön, hörst du wieder hier rein in die heutige Episode des Sinnunternehmer-Podcasts. Mittlerweile ist es ja richtig herbstlich geworden, auch in Bern. Die Blätter fallen langsam von den Bäumen. Es wird richtig besinnlich, also die ideale Stimmung und Atmosphäre, um meine Episode anzuhören. Und heute darf ich wieder einen sehr spannenden Gast. In meinem Sinnunternehmer-Podcast begrüssen, und zwar Christina Ebel aus Hannover. Christina, herzlich willkommen im Sinnunternehmer-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, Leander, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und Christina, du bist ja 43 Jahre alt und bist alleinerziehende, berufstätige Mama von einem fünfjährigen Mädchen. Und du arbeitest noch in deinem regulären Job als Programmiererin, aber baust dir nebenbei schrittweise dein Herzensprojekt auf. Weil du gehst mit sehr gutem Beispiel voran und hast es geschafft, dich selbst aus deiner Überforderung herauszuholen, indem du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast und durch Meditationen mehr zu dir gekommen bist. Und genau am 5. Juni, genau 2020, hast du also deine Vision erkannt, und zwar hast du auch anderen alleinerziehenden Frauen dabei, dass du sie dabei unterstützen möchtest, ein selbstbestimmteres, erfülltes Leben zu führen. Und seitdem hast du alle Hebel in Bewegung gesetzt. Du hast deinen Podcast Alleinerziehend berufstätig erfolgreich aufgebaut und du hast dir die Ausbildung zum Greater Coach gemacht. Und daraus hast du deine eigene Discover-Methode entwickelt, wo eben genau an die Bedürfnisse und Herausforderungen einer alleinerziehenden und berufstätigen Mama angepasst ist. Und mit deinem Coaching hast du ja auch deinen Namen, Mama Speziale, als Lebensgefühl so ins Leben gerufen. Eben so, dass diese spezielle Mama, die verbunden ist mit sich und ihr Leben ohne schlechtes Gewissen leben kann und ihr eigenes Ding macht. Ist das so ungefähr korrekt als grober Überblick für dich? Ja, auf jeden Fall. Das war eigentlich mega gut zusammengefasst. Vielleicht kann ich das ja einfach mal für mich selber auch mal übernehmen. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gut. Also sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, ja. Sehr gerne. Danke für das Feedback. Und Christina, mich würde noch interessieren, was macht dich so als Person aus? Was denkst du, warum kommen Frauen gerne zu dir? Was macht dich so als Person aus? Ja, also ich bin jemand, die, also ich habe immer Energie. Ich bin immer irgendwie, ich gebe immer 120 Prozent. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Frauen in meiner Position bewundern und sich einfach fragen, wie macht die das denn so? Dass sie halt einen Vollzeitjob hat oder, was heißt Vollzeit, ich habe schon reduziert, aber trotzdem noch im regulären Job ist und dann noch den Podcast hat und dann noch das Coaching jetzt mit anbietet. Wie macht die das? Und ich glaube, das ist so der Punkt, der viele Frauen dann zu mir führt. Also die wollen halt einfach, dass ich sie dabei begleite, dass sie mehr Energie in ihrem Leben haben und einfach die Zeit für sich zu haben und auch für ihre kleinen Familien. Ja. Spannend. Das habe ich mich nämlich vor dem Interview auch gerade gefragt. Woher nimmst du die ganze Energie, um für die Erziehung und selbst dein Business aufzubauen und noch zu arbeiten als Programmiererin? Wie machst du das? Das wird nicht verraten, nein. Das ist das Geheimrezept. Genau. Das passiert alles nicht auf natürlichem Wege. Nein, das war nur ein Scherz. Also es ist tatsächlich so, dass als mir diese, also ich hatte schon immer irgendwie ein bisschen mehr Energie als meine anderen Freunde, sage ich mal so. Meine Mutter ist da auch ähnlich oder meine Mutter brennt auch eigentlich immer. Aber ich hatte irgendwie nie etwas in meinem Leben erfahren, wo ich tatsächlich mein Herz drinne gespürt habe. Also ich habe meine, also mein Programmiererjob macht mir Spaß und ich liebe meine Kollegen, aber es ist nicht das, was mich erfüllt. Und da ist mir nach dieser Überforderung, als ich mich da mit Meditation und allem beschäftigt habe, als ich zu meiner Vision kam, das war nach einer Meditation von Laura Melina Seiler damals, als mir glasklar war, was mein Plan sozusagen auf dieser Welt ist oder in diesem Leben. Seitdem ist es so, dass da eigentlich, also es gab noch keinen Tag, an dem ich gedacht habe, ist das richtig, was ich tue? Sondern es war eigentlich immer so, dass es aus mir eigentlich sprudelt. Also sei es denn Ideen für den Podcast, sei es denn Ideen für mein Programm jetzt, also für das Mentoring, diese Discover-Methode. Es kommt einfach aus mir so rausge-, also ich will nicht sagen geflossen, es hört sich komisch an, aber so, es hört einfach nicht auf. Diese Quelle, die versiegt eigentlich nicht, die versorgt mich die ganze Zeit mit neuen Ideen, aber auch mit Energie, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, dass Meditation, also ich meditiere sehr viel, was ich halt auch früher nicht gedacht hätte, weil ich dachte immer, ja, wann soll ich denn die Zeit finden? Ich habe gar keine Zeit zu meditieren, das ist aber total, total der Druckschluss, denn wenn ich meditiere, komme ich immer mehr bei mir an, das heißt, dass alles, was mich blockiert und mir Energie raubt, weil ich nicht bei mir bin sozusagen, weil das kostet ja auch Energie, das alles wird dann ja freigegeben. Also das heißt ja, also 20 Minuten Meditation am Tag, was ich momentan auch mache, haben bei mir gefühlt im Leben 30 Prozent mehr Energie mir gegeben. Deswegen kann ich das halt auch nur jedem empfehlen, also egal welche Meditation, es gibt ja auch tausende verschiedene Arten, also Gehmeditation, Stille, Geleitete, da findet, glaube ich, jeder was für sich, genau, also, ja. Also sehr spannend, also eigentlich diese Zeit, die du da investierst, zahlt sich mehrfach aus, weil du eigentlich wieder viel mehr Zeit gewinnst, weil du dann wieder mehr bei dir bist und dich nichts mehr verzettelst, vielleicht auch weniger in Grübeleien versinkst, sondern dann fokussiert auf deinem Weg bist, ist das richtig so? Genau, genau. Also das kommt noch dazu, genau. Und wie gesagt, bei mir war das so, dass ich halt ganz, ganz stark früher darum bemüht war, nicht mein wahres Ich zu zeigen, weil ich dachte, das wäre nicht in Ordnung, so wie ich bin. Und das kostet ja auch so viel Energie. Und ich glaube, das ist in meinem Bereich, also bei den alleinerziehenden Mamas, berufstätigen Mamas oft so, dass sie sich nicht erlauben, zu 100 Prozent das zu sein, was sie sind. Also so Bedürfnisse ausleben oder sonst sowas, es wird alles in den Hintergrund gestellt. Und das kostet ja alles Energie, das wegzudrücken. Und diese Energie kann man doch, diese Energie, die in die Negativität fließt, kann man doch eher umleiten und ja, für etwas Positives nochmal, ne, zusätzlich. Also das heißt, was du gerade gesagt hast, ne, dass man fokussierter und eigentlich entspannter arbeitet, zusätzlich, dass man auch noch durch die Meditation Energien freilegt, genau. Wow. Und was war so der erste Schritt? Weil du hast ja sehr schön beschrieben, du warst auch in diesem Überforderungsgefühl damals, wahrscheinlich vor 2019, oder? Und dann hast du ja erst mal wahrscheinlich das Gefühl, alles, was zusätzlich kommt, ist noch ein zusätzlicher Aufwand und eine Belastung. Wie hast du es dann geschafft, den ersten Schritt zu machen, damit du überhaupt mit Meditieren angefangen hast? Also, wie ich mittlerweile weiß, ist eigentlich alles eine, also alles startet mit einer Entscheidung. Ich habe mich einfach, ich hatte halt wirklich ein sehr, sehr, für mich sehr, sehr schmerzvolle Begegnung mit meiner Tochter. Ich habe mal wieder, weil ich einfach so, ja, völlig in der Überforderung war, war ich wieder gemein zu ihr und habe sie irgendwie wieder nicht gut behandelt. Und da ist sie halt weggelaufen, damals war sie ja noch dreieinhalb, in ihr Zimmer, auf ihr Bett. Und ich bin natürlich sofort hinterher, weil ich schätze das Gewissen bekommen habe und habe mich dann wieder sofort entschuldigt. Und da hat sie mich angeguckt und geweint und meinte, Mama, wenn du so bist, dann tut mir mein Herz weh. Und das hat für mich, also es war, ich habe dann, ich bin zusammengebrochen auf dem Bett und für mich war es klar, eigentlich, das geht nicht. Ich kann nicht, also mein Leben ist ja eine Sache, aber das Leben eines Kindes kann ich nicht, das kann ich machen, das kann ich nicht verantworten, dass ich halt dieses kleine Wesen so dauerhaft schädige, sozusagen. Und da habe ich mich einfach entschieden, dass ich ab dem Tag mein Leben verändern möchte. Und auf einmal kam dann einfach gefühlt aus jeder Ecke irgendwelche Sachen auf mich zu. Also, ich hatte ja schon im Vorfeld dir das Buch ja von Jensen Zero geschrieben, dass das eins war, was mich total verändert hat. Und zwar, du bist der Hammer. Genau, ja. Und auch von Deepak Chopra, diese 21-Tage-Meditation, die kam dann auf einmal auf mich zu. Also, ich habe mich einfach entschieden, mein Leben anders zu leben und da hat mir das Universum einfach die nötigen Werkzeuge geschickt, die ich in dem Moment leisten konnte. Also, alles begann mit der Entscheidung, du willst dein Leben ändern und dann hast du wahrscheinlich auch den Blick wieder geöffnet und konntest diese Sachen erst überhaupt wahrnehmen, wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Ja, ja, genau. Das ist genau so, wie du sagst. Also, es war wahrscheinlich alles da, ne? Weil es ist ja diese selektive Wahrnehmung, die man da hat, ne? Also, es ist ja so, dass du, solange du dich nicht auf etwas fokussierst, siehst du das einfach alles nicht, ne? So, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Und da war auf einmal alles da. Es war einfach alles da auf einmal. Und du hast ja auch dieses schlechtige Wissen angesprochen. Und das ist ja ein Thema auch, wenn ich so herumhöre, also nicht nur bei alleinerziehenden Mamas, auch bei allen Menschen überhaupt. Aber wie hast du es geschafft, dann auch in deinem berufstätigen Alltag jetzt so von diesem schlechten Gewissen, ein gutes Gewissen zu kommen? Weil das ist ja auch ein Teil, wie du es beschrieben hast, was das Lebensgefühl einer Mamaspeziale ausmacht. Ja. Das kommt tatsächlich automatisch. Also, wenn du viel meditierst und viel mehr bei dir ankommst und einfach deine Wahrheit lebst, ne? Also, dass du verstehst, dass dieses, ja, das macht man so oder das muss man so machen, weil keine Ahnung was, ne? Also, dass dieses Auferlegte, was wir immer mit uns tragen, was gar nicht zu uns gehört, das ist ja im Prinzip, also bei mir war das halt oft, dass ich gedacht habe, oh nein, ich müsste meiner Tochter, damit sie, keine Ahnung, gesund aufwächst, immer selbst gekochtes Essen servieren und am besten noch Bio, vollkommen egal, ne, wie es mir dabei geht, ne? Weil ich habe ja zu funktionieren als Mutter, um, ne, also ich denke mal, dass man kann sich ja, also du kannst ja ungefähr dir vorstellen, um was es da geht, ne? Also, dass halt einfach so auferlegte Sachen oder zu hohe Erwartungen von einem selbst, dass ich die so stark gelebt habe und je mehr ich bei mir kam, umso mehr habe ich verstanden, dass vieles davon gar nicht mir gehört. Also, habe ich da schon mal so einen Teil von diesem schlechten Gewissen abgelegt, ne? Und habe verstanden, dass ich einfach, dass es auch vollkommen okay ist, das Kind auch mal, wenn es mir nicht gut geht, meine Stunde irgendwie eine Woche vor den Fernseher zu setzen, ne? Und in der Zeit mich um mich zu kümmern. Und, äh, zum anderen ist es so, dass, ähm, du hast ja einfach, ähm, du legst ja Kapazitäten in dir frei, ne, durchs Meditieren. Das heißt, du hast einfach viel mehr Zeit, um, äh, für dein Kind da zu sein. Und genau dieses, also bei mir war das halt häufig so, ne, dieses schlechte Gewissen, dass ich meinem Kind zeitlich auch nicht gerecht werde, ne? Dass ich, ähm, ja, durch, ähm, durch, ähm, meditieren einfach, wie gesagt, also zeitliche Kapazitäten freigelegt habe, weil ich dann einfach viel früher mit irgendwas fertig war oder mir auch gesagt habe, nö, das hat jetzt einfach keine Priorität, ähm, äh, sondern mein Kind hat jetzt Priorität und, äh, da einfach die Beziehung stärken konnte, ne? Und ich habe natürlich durch die Coaching-Ausbildung, ähm, mich viel auch mit, äh, Emotionscoaching für Kinder beschäftigt, ne? Und die fünf Sprachen, äh, der Liebe für Kinder auch beschäftigt und da lernt man halt auch nochmal oder lernt Frau halt auch nochmal, ähm, ähm, ganz anderen, ähm, ganz andere, ähm, ganz andere Sicht auf ein Kind zu haben, ne? Ne? Zu verstehen, warum mein Kind so und so ist und warum es nicht, äh, nur nebenher läuft, ne? So wie, wie wir halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber, äh, ich bin halt so aufgewachsen, ne? Ne, dass ja meistens dann so nebenher gelaufen sind sozusagen, ne? Mhm. Also, das heißt, so durch das Erkennen, dass auch viele Stimmen im Kopf gar nicht von dir waren und dann wieder diese Verbindung mit dir, da kam es doch zu dieser Erkenntnis, dass, dass es eigentlich auch deinem Umfeld, vor allem auch deinem Kind, deiner Tochter viel besser geht, wenn du auch für dich selbst gut sorgst, weil du dann eine bessere Mama auch sein kannst, wenn man das überhaupt in schlecht oder gut, äh, kategorisieren kann. Mhm. Ja. Ja, genau so, genau. Also, es ist genau, wie du schon gerade zum Schluss noch gesagt hast, ne? Also, ich bin sehr spirituell und ich glaube auch, dass meine Tochter sich, äh, äh, mich ausgesucht hat als Mama. Ja, ne? Und, ähm, da habe ich halt, äh, das hat mir auch viel geholfen auch, muss ich sagen, ne? Dass ich gesagt habe, ja, sie hat mich ja ausgesucht für einen bestimmten, außer aus einem bestimmten Grund, so, ne? Ja. Also, muss sie jetzt halt, ne, mit mir zurechtkommen sozusagen. Mhm. Und, äh, das hat halt auch, also einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit auch ins Leben bringen, weißt du? Also, manche Sachen gar nicht so ernst nehmen, aber das kam erst alles, nachdem ich aus der Beforderung heraus war. Erst dann konnte ich mich überhaupt darauf einlassen, halt auch mal, ja, sie mal zu veräppeln oder, weißt du, so, oder mich selber mal nicht so ernst zu nehmen, ne? Und, äh, das schafft ja einfach eine ganz andere Beziehung zu dem Kind. Auf jeden Fall. Und, wie, also, was war der Punkt damals, als du dich entschieden hast, ich will auch anderen alleinerziehenden Mamas dabei helfen, ein erfüllteres und selbstbestimmtes Leben zu leben, mit mehr Leichtigkeit? War das wirklich so nach dieser Meditation am 5. Juni 2020, wurde das, ab dann bist du, hast du Vollgas gegeben oder war das so schleichend? Nee, das war tatsächlich genau an dem, dann dem Tag. Ich hab, also, ich hab schon, äh, mich öfters mal gefragt, äh, ja, warum bin ich eigentlich hier, was ist so der Sinn meines Lebens, ne? Und, äh, äh, nach der Meditation war es tatsächlich so, dass mir das halt, also, es war um 23.30 Uhr, ähm, hab ich halt aufgeschrieben, ja, wofür bin ich da oder wer bin ich, ne? Was, was ist, ähm, was ist meine Aufgabe? Und dann hab ich halt unter Tränen, wirklich unter Tränen aufgeschrieben, ja, ich bin alleinerziehend, berufstätig und ich bin erfolgreich dabei. Bei, also, ne, bei all dem, jetzt nicht, äh, nicht nur beim berufstätig sein, sondern, ne, einfach als Mama, als, äh, ja, Freundin, als, äh, was auch immer halt, Angestellte, ne? Und ab dem Moment war das so, dass ich, also, ich hab Evernote aufgemacht in dem Moment, ne, und hab drei Stunden lang nur in Evernote alles festgehalten, also, ne, diese App zum Notizenmachen und hab dann nur die ganze Zeit, also, drei Stunden lang hab ich nur geschrieben, wie ich das machen will, welche Themen ich dann, also, mir war auch klar, dass es ein Podcast werden wird, weil ich da noch nicht so weit war, dass ich gesagt hab, ähm, ich mach jetzt irgendwie Videos oder sowas, das hab ich mich da noch nicht getraut, ne? Da war meine Persönlichkeit noch nicht so groß, sag ich mal, ähm, und ich hab die, meine Zuhörerin mir definiert, wie sie sein sollte, ne, und was ich hier erzählen will und wer mich unterstützen soll und so weiter und so fort. Und ich hab am nächsten Tag ja dann auch vielleicht meine beiden besten Freundinnen gefragt, die auch, äh, allein beziehungsweise getrennt erziehend sind und ab da ging's eigentlich nur noch mit Vollgas, also neben dem, ne, neben dem Job sozusagen, soweit es ging, ne, mit Vollgas. Und ab dann, wo du alles aufgeschrieben hast, auch diese, diese Schlagwörter, alleinerziehend, berufstätig, erfolgreich, was kam als nächstes, oder wie bist du dann vorgegangen und hast dir auch das nötige Wissen dann angeeignet? Ähm, als ich dann, also für mich feststand, dass es ein Podcast wird, ähm, hab ich irgendwie, ähm, ja, im Internet recherchiert, was es denn so gibt, weil ich bin jemand, also ich fuchse mich gerne in Sachen rein, aber ich wusste, ich will es ganz schnell haben. Und deswegen war mir klar, das wird irgendein Workshop sein, ne, und bin dann halt, ja, äh, zufällig auf Tom gestoßen, ne, also Tom, äh, Karl ist also die Podcast-Meisterschule, die, ne, in der du ja auch warst. Genau. Und, ähm, hab halt diesen Kurs gemacht und, ähm, ich finde, das war halt einfach eine sehr gute Begleitung, ne, also es war ja einfach recht, ähm, selbsterklärend und an die Hand nehmend, ne, äh, der Kurs. Und, ähm, danach, äh, haben wir halt das gestartet und, ähm, es lief ein halbes Jahr, ne, kein halbes Jahr, das stimmt nicht, drei Monate oder vier und da hatte ich schon Kontakt mit den Zuhörerinnen, also nicht mit vielen, aber mit ein paar vereinzelt und, ähm, es kristallisierte sich für mich immer mehr heraus, dass ich die Frauen nachhaltiger begleiten möchte, ne, also der Podcast, ähm, hilft vielen schon dabei, allein zu sehen, weil ich mach mich da ja wirklich komplett nackt, ne, also ich sag denen, ich war in der Überforderung, ich sag denen, ich hab meine Tochter körperlich, also halt auch mal geschubst oder, ne, sie auch mal beleidigt, angeschrien und sowas, sodass die Frauen einfach wissen, okay, da ist jemand, also der geht's genauso wie mir, ne, also es ist, äh, okay, mit der, äh, Geschichte auch mal rauszugehen, um sich helfen zu lassen, ähm, aber es reicht halt einfach nicht, ähm, ne, der Podcast alleine reicht einfach nicht, ähm, weil, weil, als alleinerziehende, berufstätige Mama bist du halt zeitlich sehr begrenzt und du bist oft, ähm, fällst wieder zurück in alte Strukturen, ne, weil es einfach wirklich viel ist, so, und, äh, wenn du nicht die nötigen, die nötigen Werkzeuge hast, sozusagen, und da war für mich einfach klar, ich will halt auch eine Coaching-Ausbildung machen, weil ich einfach, äh, selber da nicht das Gefühl für hatte, wie, wie ich es am besten mache, ne, also wie ich die Frauen am besten begleiten kann und hab da meine Ausbildung gemacht, bei Greater, die Coaching-Ausbildung, die halt auch, ähm, mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, ne, da hab ich halt noch mal tiefer geschaut, äh, wer ich bin und was ich machen möchte und mich noch weiterentwickelt und mich noch freier gemacht von den, äh, von Glaubenssätzen, von Blockaden und von diesem, wie man zu sein hat, ne, so, und, ähm, genau, jetzt hab ich ein bisschen den Faden verloren, ich weiß nicht, konnte ich die Frage so ein bisschen beantworten? Nein, nein, alles gut, sehr schön, nein, ich hab ja gefragt eben, was, was kam als nächstes und du, du hast die Frage extrem gut und, äh, schön beantwortet, oder, deine nächsten, ersten und nächsten Schritte und was mich noch interessieren würde, ist so, wie hast du so die passende Coaching-Ausbildung für dich gefunden, weil es gibt ja so viele auf dem Markt und das kann es eine Herausforderung sein, wirklich die herauszupicken, die jetzt für dich wirklich stimmt? Ähm, das war im Prinzip genauso wie mit Tom, also, naja, beziehungsweise Tom kannte ich vorher ja nicht, aber, ähm, ich bin, äh, ich hab schon, keine Ahnung, bevor ich mit der Coaching-Ausbildung gestartet habe, hab ich viel, äh, Podcast gehört, ne, und, ähm, Gedanken tanken ist ja halt, also in Deutschland, ich glaub in der Schweiz auch ein Name, und, ähm, ich hab viele Podcasts von denen gehört und viele Speaker und viele, ähm, gute Coaches auch durch die kennengelernt und auf einmal war das halt so, dass ich da irgendwie saß und hab eine Mail bekommen und dann stand halt drin, ja, wir bieten jetzt halt eine Ausbildung zum, zum Coach an, so, hast du nicht Lust? Da dachte ich so, hä, das ist ja, ähm, guck ich halt mal rein und dann hab ich mir das halt alles durchgelesen, was die halt machen, hab halt, ähm, tatsächlich aber zu, zu 90 Prozent meinen Bauch entscheiden lassen, also ich hab zwar viele Sachen da gelesen, konnte mit vielen noch nicht so viel anfangen, ähm, mein Bauch hat mir aber gleich gesagt, mach es, also, ne, der Preis war halt noch so, wo ich dachte, boah, keine Ahnung, kann ich mir das leisten, ne, als Alleinerziehender hab ich ja, was so die, die, ähm, Grundkosten, ne, so angeht, so Wohnung und so weiter, trage ich ja alles alleine, ne, da ist ja niemand, der mich da irgendwie unterstützt, ähm, aber eigentlich, ich weiss nicht, wie das bei dir ist, ne, aber bei mir ist es so, wenn der Bauch entscheidet, da wird das auch meistens auch gemacht, also, da mache ich das meistens auch. Wow, ist auch wieder sehr schön, zu hören, weil auch, wenn ich wieder daran denke, eben, wie du, wie du, ähm, auf das gekommen bist und, und du dich selbst aus deiner Überforderung geholt hast, weil, wenn du das nicht gemacht hättest, oder mit dem Zugang zu dir selbst und zu dieser Intuition mit der Meditation, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder schwieriger gewesen, die, die passende Coaching-Ausbildung auszuwählen, aber so, weil du jetzt bereits wieder verbunden warst mit dir, da hast du wieder diese, äh, Kraft des Bauchgefühls und, ja, spart auch wieder Zeit und bringt dich eben auf deinen Weg voran, ne? Voll, voll gut, ja, genau so ist das, ja, definitiv. Und, du hast ja daraus heraus dann auch noch so wie deine eigene Methode abgeleitet, also die Discover-Methode, ist das richtig? Genau, genau, ich habe halt, Entschuldigung? Ah, sorry, ich wollte nur fragen, vielleicht kannst du ja genau in ein paar Worten noch beschreiben, was macht die Discover-Methode aus, was ist das genau? Ja, ich habe halt ein bisschen nachgedacht so, wie könnten wir, was beschreibt denn so die Art und Weise, wie ich mit den Frauen arbeite, was beschreibt das am besten, ne? Und die, ähm, der Hauptteil, die liegende Acht sozusagen, mit der ich arbeite, ähm, entdeckt, äh, Glaubenssätze, also entdeckt alte Glaubenssätze, entdeckt alte Blockaden, die werden dann aufgelöst, dadurch, ähm, entdecken wir ja, oder die, die, ne, meine, meine Coaches, äh, ihre Energie wieder zurück, sie entdecken ihren wahren Kern, ne, weil wir haben, verlieren das ja alles, ne, es wird ja systematisch in der Kindheit, äh, uns alles sozusagen abtrainiert, ne, was wir sind, und, ähm, und die Discover-Methode ist eigentlich dazu da, dass, ähm, alles entdeckt werden darf, ne, das ist eine kleine Entdeckungsreise, die ich mit den Frauen mache, ähm, zurück zu da, zu eigenen Potenzialen, zurück zu der eigenen wahren Energie, zu dem authentischen Kern, und, ähm, auch wie das Entdecken, ähm, von Werkzeugen und Tools, wie auch die, äh, ja, so ein liebevoller und wertschätzender, ähm, äh, Umgang in der kleinen Familie gelebt werden darf, ne, deswegen dachte ich, okay, es ist eigentlich ja alles irgendwie in Richtung Entdecken, also nenne ich das doch einfach, ähm, die Discover-Methode. Ja, mega schön. Also, wie das da wirklich eine, eine Selbstentdeckungsreise und das Zulassen von, von deinem wahren Selbst. Mhm, genau, genau. Und, wie, wie schaffst du es, so an, an deine, ersten Kundinnen zu kommen? Also, gab es, gab es da auch Unterstützung von, von der Greater Community oder von dieser Ausbildung? Oder, wie, wie, wie machst du das? Also, das Internet ist ja so riesig und so viele Angebote und trotzdem hast du es irgendwie geschafft, da dich zu positionieren und schon erste Kundinnen an Land zu ziehen, mit denen du, wenn du, ähm, weiterhelfen kannst oder die du begleiten kannst? Ähm, also zum einen ist das durch den Podcast, ne, dass da halt einfach ein paar Frauen auf mich zugekommen sind, mit denen, also die ich schon coachen durfte. Äh, und zum, äh, zum anderen ist es so, dass ich halt gerade einfach, ähm, Facebook dafür für mich tatsächlich nutze, ne, also ich, äh, bin, hab da die, eine Gruppe gegründet, ähm, ähm, die, äh, mehr Energie und gutes Gewissen, also ich hab sie kurzerhand, äh, vor einer Woche umbenannt, weil es dann doch mehr meine Positionierung war, mehr Energie und gutes Gewissen als alleinerziehende, berufstätige Mama. Ähm, und, äh, und, äh, dort versuche ich einfach, oder nee, was heißt versuche, dort vernetze ich mich einfach mit immer mehr Frauen, die so ähnlich ticken halt, ne, weil nur denen kann ich ja helfen, also es ist ja, ich bin ja Expertin auf meinem Gebiet, und nur da kann ich halt die Frauen ja auch, äh, begleiten, also erfolgreich begleiten, und, ähm, ja, ich nehme tatsächlich Facebook, ähm, und schreibe dort gezielt Frauen in, äh, in meinem Bereich gibt es ja einfach Gruppen, sehr große Gruppen, alleinerziehenden Gruppen, die ich einfach so durchforste und da die Kontakte knüpfe und den Frauen einfach persönlich, ne, also jetzt nicht so in vorgefertigte Nachricht irgendwie, sondern schaue, passt das, passt das nicht und schreibe die halt einfach persönlich und authentisch an und dann, äh, äh, melden sie sich entweder zurück oder halt auch nicht, ne, aber es ist halt wie, also, ich nehme es auf jeden Fall nicht persönlich, wenn sie sich nicht zurückmelden, ne, aber das ist so mein Weg gerade. Mhm, also du schaust in anderen Gruppen und, ähm, so, so kannst du den Frauen, also deine Gruppe empfehlen und aufzeigen und wenn sie dann, und sie können dann so deine Einladung annehmen und in deine Gruppe kommen. Mhm, genau, so läuft das, ja. Genau, ich biete auch noch ein 1 zu 1 Gratis-Coaching an, wenn die in die Gruppe eintreten, ne, so dass ich die halt auch einfach mal im Vorfeld schon mal besser kennenlerne, ne, dass ich weiß, wo drückt der Schuh sozusagen, ne, oder was ist die größte Herausforderung gerade und so möchte ich halt immer mehr, ähm, meine Zielgruppe sozusagen kennenlernen, ne, damit ich immer mehr, äh, sie supporten kann, genau. Ja, und es ist auch wieder Wahnsinn, wie schnell das alles ging, oder, das passt wieder zu deiner Energie, weil, ich weiss noch, ich weiss nicht, das letzte Mal, wo ich, also das erste Mal, wo ich dich angeschrieben habe und du dich, oder umgekehrt, du mich angeschrieben hast, hast, du wärst interessiert für das Interview, ja, war ich, glaube ich, vor einem Monat, oder, ungefähr, und dann, ein bisschen länger her, ja, ein bisschen länger her, und in dieser Zeit hast du eigentlich alles dann aufgebaut, Facebook-Gruppe und ein neuer Auftritt und wirklich, ich, ich, ich habe gestaunt, wie schnell das ging und mit was für einer Energie. Ja, ja, das ist, ne, wie, ich weiss nicht, ähm, also, wenn das Herz brennt, ich kann das halt nicht stoppen und ich mache es auch nicht, ne, ist ja Quatsch, also, wenn es läuft, dann, dann soll das raus. Unbedingt, dann soll es laufen. Ja. Und, gibt es auch so Tage, wo du wirklich nicht motiviert bist, wo du so sagen musst, oh nein, jetzt aufstehen und jetzt kann ich nicht mehr, gibt es das noch? Und wenn ja, wie motivierst du dich, wie motivierst du dich an solchen Tagen? Ähm, die Tage gibt es auf jeden Fall und, ähm, die sind aber tatsächlich sehr selten, muss ich sagen, ne, ähm, es ist so, dass ich einfach durch die liegende Acht, äh, was ja eigentlich so ein Gefühlscoaching im Prinzip ist, ne, also, da, da lernst du halt nochmal zu fühlen, ähm, habe ich einfach gelernt, dass, wenn sich etwas zeigt, dass ich das auch einfach da sein lassen darf, ne, weil wir denken immer, oh, ein negatives Gefühl, bitte geh weg, ich will dich nicht fühlen und das ist eigentlich nicht der Weg, der Weg ist einfach, sich in Gänze, äh, anzunehmen und sich in Gänze, äh, zu fühlen und, äh, ja, das bringt uns ja eher in die Selbstliebe, das heißt, wenn sich jetzt irgendwie morgens ein komisches Gefühl zeigt bei mir, dann nehme ich mir einfach die zehn Minuten, äh, in der Hoffnung, dass die zehn Minuten reichen, ähm, und fühle einfach dieses Gefühl, also, ich erlaube mir einfach dieses, also, ich erlaube diesem Gefühl, sich zu zeigen, dass das Gefühl einfach da sein darf und, ähm, oft zeigt sich dann da irgendwie eine kleine Angst dahinter oder, ähm, vielleicht so eine, so eine Ohnmacht oder, oder auch mal Wut und ich erlaube dem einfach allem da zu sein und, äh, fühle es und, ähm, danach ist das auch weg, ne, das ist halt das Spannende, ne, die Gefühle sind ja nicht so, dass wir mir denen erlauben, äh, sich zu zeigen, also, davor haben viele, äh, also, was bei uns in der Ausbildung oft gesagt wurde, wir haben Angst vor der Angst, ne, so, das heißt, wenn wir ein Gefühl da sein lassen und es einfach mal fühlen, dann geht das auch weg, weil sich das beruhigt, ne, also, es will sich einfach nur mal zeigen, das heißt nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag, äh, deswegen, ähm, total kaputt bin und nichts mehr, zu nichts mehr zu gebrauchen bin, ne, sondern eher im Gegenteil, tatsächlich, ne, Also, wirklich so hinschauen statt wegschauen, also, das Gefühl möchte deine Aufmerksamkeit und wenn du es nicht, wenn du es verdrängst, ist es wie, wenn du ein Teil von dir, der gesehen werden möchte, in dem Moment einfach, ähm, nicht annehmen kannst und dann, na, mit der Aufmerksamkeit, äh, ist es auch schon zufrieden, das Gefühl in dem Fall, wenn ich es so verstehe, ja. Ja, absolut, genau. Also, ich habe mal in einer Podcast-Folge das so, so erzählt, dass wir es halt oft so, unsere Gefühle, die nicht gut sind, also, was heißt gut, ne, also, die sind halt, das sind unsere Gefühle, es fühlen sich halt nicht so schön an, aber die sind trotzdem ja da, dass wir die irgendwie immer wieder in diese, ja, so eine Kammer sperren, ne, und irgendwann ist die Kammer aber so unter Druck, also die Tür, ne, dass wir eigentlich, dann, dann prallt das alles auf uns ein, deswegen, lieber, äh, die Kammer gar nicht so voll machen, ne, sondern immer, äh, immer wieder sozusagen, entweder was rausnehmen und selber nochmal fühlen oder, also, am besten ist es tatsächlich, wenn es sich zeigt, dem dann einfach Raum zu geben und, ja, also, es ist wirklich, ich kann es wirklich versprechen, außer es ist irgendwas wirklich tiefer Liegenderes, da sind meistens reichen da zehn Minuten, also, zehn, 15 Minuten reichen da vollkommen aus und danach beruhigt sich das Gefühl und es fühlt sich wirklich ganz, ganz wunderbar an. Mega schön, ja, hat ja auch mit, mit, wieder mit Selbstliebe wahrscheinlich zu tun, oder, dieser, dieser, dieses Gefühl auch da sein zu lassen und, und hinzuschauen. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist ja, äh, ich erlaube mir, erlauben ist ja auch etwas, ne, was mich näher zu, 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 zu der Selbstliebe bringt, ne, so, weil ich mir etwas erlaube, ne, es ist halt so ein, so eine Weichheit, ne, die ich da irgendwie, ähm, lebe, ne, so ein, ich gönne es mir sozusagen, ne, also, ähm, und, ähm, ich erlaube mir auch, dieser bunte Blumenstrauß an Gefühlen zu sein, ne, nicht nur fröhlich, witzig, äh, gute Freundin, gute Mama, sondern halt auch mal, Wut zu spüren oder zu fühlen oder, ähm, verärgert zu sein, ohnmächtig zu sein, ne, so, das ist, wir, wir haben leider, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also, bei mir ist das, dass, äh, solche Gefühle waren nie Thema und wurden immer unterdrückt, also, äh, weil meine Eltern das selber gar nicht anders kannten, ne, es ist nicht so, dass ich sage, die Bösen oder so, ne, das sind ja alle verletzte Kinder irgendwie, ähm, aber, sich in Gänze einfach anzunehmen, das ist es halt, ne, so, egal ob positiv oder negativ, sich in Gänze anzunehmen, ist für mich, äh, ein ganz großes Zeichen von Selbstliebe, ja. Ja, ja, das kann ich schon auch, oder auch zu sich zu stehen und nicht alles immer überspielen zu wollen, man muss nicht immer cool und fröhlich und weiss nicht was sein, oder es fängt ja schon an, wenn ich gefragt wäre, wie geht's dir, und meistens antworte ich aus Reflex gut, aber vielleicht geht's mir mal wirklich nichts mehr so gut, aber vielleicht antworte ich's auch nicht, weil es kann sein, dass dann, dass das, dass das bemitleiden soll, umkippt, aber man kann es ja auch anders sagen, ja, es geht mir gerade nicht so gut, aber es ist voll okay, ich, ich komme da selbst wieder raus, oder irgendwie, ja, oder wie machst du das? Es kommt darauf an, wer mich da tatsächlich anspricht, ne, also, wenn, ähm, Menschen, die mir sehr nahe stehen, mich ansprechen, äh, dann sage ich das, wie es ist, ne, dass ich gerade irgendwie eine Herausforderung habe, also bei mir passieren halt viele Sachen im Leben momentan, ich habe halt relativ häufig Herausforderungen, die ich mir aber natürlich selber, ne, anziehe, so, das ist nicht so, dass ich da, ähm, mich wundere, woher das alles kommt, sondern das ist, ähm, dass ich das selber alles gerade anziehe, ähm, und es gibt Menschen, wenn die mich fragen, wie es mir geht, dann, also, ich denke, das macht es wahrscheinlich auch so, dass ich sage, ja gut, ne, weil ich da gar nicht in die Tiefe gehen möchte, aber im Prinzip ist es tatsächlich schon bei mir so, dass ich, äh, zum größten Teil, wenn ich mit einer guten Freundin darüber rede, dann ist das nur, weil ich sie als, ähm, Reflektionsfläche irgendwo, ne, brauche, also, meistens weiss ich schon die, ähm, also weiss ich oft die Antwort in mir selbst, ne, so, ähm, brauche aber noch so ein bisschen Reflektionsfläche, deswegen rede ich dann und, und bekomme ja eigentlich schon die Antwort, die ich eh im Inneren trage, ne, im Prinzip funktioniert ja jedes Coaching ja genauso, ne, also, aber, also, durchs Aussprechen eigentlich von dir selbst, wird es noch klarer für dich, also, indem du redest dann und es aussprichst, meinst du? Genau, Genau, genau. Ja. Ja. Und vielleicht, jetzt sind wir auch gerade so bei diesen Gefühlen, kannst du nochmal so beschreiben, was macht so dieses Lebensgefühl Mama Speziale aus für dich? Oder, ich habe es ja kurz angeschnitten, aber vielleicht noch in deinen Worten, wie würdest du dich selbst so beschreiben, als Mama Speziale? Ja, ähm, also, sie ist halt vielfältig, ne, sie ist, ähm, interessiert an, an, äh, an Menschen, sie ist, ähm, gerne Frau, sie ist gerne Mama, sie ist gerne, äh, Freundin, also, im Sinne von platonische Freundin, aber auch Partnerin, ähm, sie ist weich zu sich, ne, ähm, sie erlaubt sich sozusagen auch mal, ähm, ja, sanft zu sein, ne, weil, äh, viele, sag ich mal, Frauen, die ich in letzter Zeit kennenlerne, äh, eingeschlossen, gönnen es sich, sich nicht, ähm, mal schwach zu sein, ne, so, die denken, sie müssen funktionieren, also wird dann halt alles, äh, äh, in sich hineingefressen, alles, was so ein bisschen nach Schwäche aussehen könnte, und, ähm, 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 sie ist, ähm, ja, sie, sie geht raus mit dem, was sie erlebt, ne, sie ist ehrlich, ob zu sich oder halt draußen, ne, also eine Mama Speziale ist keine Frau, die draußen mit ihren, äh, Spielplatz, äh, Mama sozusagen steht und so tut, als, äh, wäre, äh, das Mama-Sein immer mega einfach, weil ich hab halt auch solche Frauen kennengelernt, ne, die dann immer irgendwie, also ich denke, das kann nicht sein, ich kann mir das nicht vorstellen, denn jedes Kind ist irgendwie herausfordernd, oder die Situation an sich ist herausfordernd, ne, und, ähm, es gibt Frauen, die wirklich immer sagen, äh, es gibt nichts Besseres für sie, und das ist das Tollste, und es gibt keine Probleme, und es läuft alles super, und, genau, eine Mama Speziale ist für mich einfach eine ganz, ganz ehrliche Frau und Mama, äh, ob zu sich oder, ja, zu der Außenwelt auch, genau. Äh, nebenbei ist sie aber auch total, also sie steht halt auf Musik, sie tanzt gerne, ne, also sie ist halt, ähm, achtet halt darauf, dass es ihr auch gut geht, ne, kommuniziert ihre Bedürfnisse auch mit dem Kind, ja, also, genießt halt auch gerne, ne, also, das ist eine Mama Speziale für mich, genau. mega schön beschrieben, und, glaube ich, auch sehr wertvoll für andere Mamas, weil es macht, wenn ich das so höre, macht es ja auch extrem Druck, wenn, wenn ich als Mama jetzt auf dem Spielplatz ständig nur höre, ah, ist doch kein Ding, alles super und so, da, da würde ich mich ja wahrscheinlich fragen, hm, oh, wie schaffen die das, und was mache ich denn falsch, und, da kommen wieder Selbstzweifel, aber so mit dieser Ehrlichkeit und auch mal über vielleicht nicht so einfache Tage sprechen, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das hilft den anderen Mamas auch extrem, oder? Also, das war ja genau das, was er bei dem, als er ja Podcast gestartet hat, und, äh, der immer mehr Zuhörerinnen bekommen hat, das war mit das erste Feedback, was ich bekommen habe, dass Frauen mir schreiben und sagen, ey, das ist so, so cool, dass du einfach ehrlich erzählst, was du erlebst, weil genau das erleben wir auch, trau uns aber nicht, das zu sagen, weil irgendwie gefühlt bei jeder da draußen, alles läuft, nur bei mir nicht, und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, weil, also, wenn ich mich mit meinen Freundinnen austausche, ne, und also so, ich habe jetzt, sag ich mal, so drei, vier ganz, ganz nahe Frauen, ne, mit denen ich in Kontakt bin, dann gehen, also, dann reden wir über das, wir reden, dass wir gerade, ähm, nicht weiter wissen, oder, dass es gerade herausfordernd ist, ne, aber es gibt ja Frauen, die sind ja wirklich immer nur, ja, auf dem Spielplatz, mit anderen Frauen im Austausch, ne, weil sie einfach vielleicht nicht, so Typ Frau sind, dass die, ähm, sich viel, ja, dass sie Freunde brauchen, oder sowas, ne, und bei denen entsteht ja genau das, was du gerade beschrieben hast, dass die denken, oh Gott, warum läuft es bei denen, und warum läuft es bei mir nicht, was stimmt bei mir nicht, ne, ja, absolut, und geben da nochmal, noch mehr Gas, und noch mehr Gas, und verausgaben sich immer mehr, und machen sich immer kaputter dadurch, ne, das ist schon ziemlich unverantwortlich, eigentlich als, als Mama, äh, äh, da, äh, nach außen, außer es gibt natürlich, also kann natürlich alles geben, ne, dass es auch wirklich Frauen sind, die das einfach gar nicht, auch wenn das Kind herausfordernd ist, dass sie das gar nicht als Herausforderung sehen, sondern einfach sagen, ja, es ist wie es ist, weil sie so mega entspannt sind, und schon so voll bei sich sind, oder sowas, ne, aber eigentlich finde ich, ähm, sollten wir doch einfach alle ehrlich zu sein, wir sind doch alle im selben Boot, ne, ich meine, das ist doch Quatsch, gerade da sollten wir uns doch einfach gegenseitig auf die Schulter klopfen, ne, so. Absolut, ja, diese Ehrlichkeit, das nehme ich auch sehr mit, weil das ist, äh, finde ich extrem wertvoll, und ich merke es auch selbst, wenn ein Freund oder eine Freundin ehrlich zu mir ist, dann fällt es mir auch selbst einfacher, mich ehrlich auszudrücken, oder mich so zu zeigen, wie ich bin, aber wenn, wenn alles immer super cool und easy ist, dann ist es halt schwieriger, ja. Ja, ja, absolut, absolut. Und wie, wie schaffst du es, so deinen Fokus zu halten und dich nicht zu verzetteln, weil, weil bei dir sprudeln auch so deine Ideen, und das kenne ich auch, so viele Ideen, und du wirst doch möglichst alles schnell vielleicht auch machen, und wie schaffst du es, wirklich, äh, erst mal den Fokus zu halten, aber auch mal sagen, jetzt reicht's, für heute ist Feierabend. Äh, das, wer hat gesagt, dass ich das schaffe? Nee, das schaffe ich das, also es ist, äh, fängt jetzt erst bei mir tatsächlich an, dass ich da fokussiert rangehe, weil ich mich auch, äh, entschieden habe, dass ich, äh, Unternehmerin sein möchte, ne, es ist bei mir auch noch gar nicht so lange, ne, dass ich diesen Gedanken habe. Bei mir war das oft so, dass ich, äh, Feierabend gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, ne, wenn ich irgendwas schreibe, oder wenn ich irgendwie an meiner Webseite gearbeitet habe, oder bei mir ist das so, dass ich die Podcast-Folgen, äh, vorskripte, weil ich einfach, ähm, ja, ich denke, ich will halt keine Information vergessen, ne, deswegen, ähm, schreibe ich die halt einfach komplett vor, und, ähm, genau, ich habe tatsächlich, das ist eins meiner größten, größten Schwächen, die ich habe, ne, dass ich mich nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, was meine Methode ist, um strukturiert zu arbeiten, also, oft ist es bei mir so, dass ich weiß, okay, jetzt steht ein Podcast wieder an, also, ich mache dann immer das, was gerade, äh, kurz vor knapp ist, so, äh, leider Gottes, und ich denke, das ist auch ein Energiefresser auf jeden Fall, ne, aber, das ist halt auch ein Prozess, ne, ne, also, den darf ich jetzt auch gehen, und, ähm, fange jetzt langsam an, dass ich mir überlege, oder, was heißt überlege, ich habe mir tatsächlich vor, äh, einer Woche gesagt, so, mein Fokus liegt jetzt auf meinem, äh, Online-Kurs, also, ich mache das Mentoring, äh, online, dass ich das halt einfach, äh, äh, erst mal, äh, alles niederschreibe, also, diesen Online-Kurs erstelle, bevor der nicht fertig ist, wird nichts anderes gemacht, weil das einfach jetzt gerade das Wichtigste ist, und bis jetzt bin ich recht erfolgreich damit, aber, ähm, mal gucken, also, ob sich das etabliert, ich hoffe, ich wünsche mir das sehr. Also, es hat sich auch wieder mit einer Entscheidung eigentlich so etabliert, so wie ich das höre, wie, wie damals auch die Entscheidung, jetzt, äh, jetzt will ich was ändern in meinem Leben, und da hast du mit Meditation angefangen, und jetzt sagst du dir, okay, wir werden ein bisschen zu viel alles zusammen, ich muss mich fokussieren, ich entscheide mich jetzt für diesen Online-Kurs, und der hat jetzt, also, das Online-Mentoring, und das hat jetzt Priorität, ist das so? Ja, genau so ist das, genau, ja, ja, die Entscheidung macht das aus, genau. Und, du hast ja noch angesprochen, du hast dich erst vor noch nicht so lange dazu entschieden, Unternehmerin zu werden, wann war das nochmals? Ungefähr? Ja, so ungefähr vor, ähm, vor einem Monat, vor anderthalb Monaten, wo ich mich, wir waren ja, wir waren zu dritt mit Mama Spezial unterwegs, ich mit meinen beiden besten Freundinnen, und das ist jetzt, äh, beruflich ist, das gehen wir alle unterschiedliche Wege jetzt, ne, die anderen beiden haben sich, ähm, oder wir haben uns dazu entschlossen, dass ich das alleine nur noch weitermache, privat sind wir immer noch, äh, unzertrennlich sozusagen, aber, ähm, genau, und da war für mich klar, in welche Richtung das jetzt für mich gehen wird, also, also, es war schon immer so, es schwankt schon immer mit, ne, dass ich, äh, dass ich mir klar war, ich möchte daraus irgendwie, also, ich möchte so viele Frauen wie möglich erreichen, ne, so viele berufstätige, alleinerziehende Frauen wie möglich erreichen, aber so, dass ich für mich das definiert habe, das war vor ungefähr, ja, anderthalb Monaten, vielleicht auch zwei Monate, so zu 100 Prozent kann ich es nicht sagen, aber ja. Und was, was heißt es genau, dass du dich entschieden hast, Unternehmerin zu werden, also, im Unterschied zu Podcasterin vorher, was, was hat sich da verändert? Ähm, dass, als ich den Podcast alleine gemacht habe, habe ich zuerst gedacht, okay, so wie, wie Tom das auch empfiehlt, vielleicht sogar mit Affiliate-Marketing oder sowas durchzustarten, das hat mich aber nie zu 100 Prozent irgendwie angesprochen, und, ähm, so dümpelte ich, sage ich mal, mit dem Podcast irgendwie, ähm, also, ich hatte keine Marketing-Strategie, ne, also, es war einfach, okay, ich möchte diesen Mehrwert den Frauen geben, ich verdiene da halt nichts bei, aber es ist okay für mich, ne, und als ich mich entschieden habe, Unternehmerin zu werden, war für mich auch klar, dass ich jetzt einfach, ähm, Einkommensquellen, ähm, entstehen lassen darf, ne, und das ist halt das Coaching, und, oder das Mentoring, ähm, aber auch halt, ja, also, dass es bei mir anfing, im Kopf zu arbeiten, was gibt es uns dann noch für Einnahmequellen, ne, also, da kamen solche Geschichten wie Buchschreiben, äh, Offline-Veranstaltungen machen für die Alleinerziehenden, berufstätigen Mamas und so weiter, und so fort, also, im Prinzip hat sich da, was verändert, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt damit Geld verdienen, ne, und, äh, also nicht nur rausgeben, sondern halt auch was, äh, empfangen, sozusagen, zu sagen, ja. Okay, und das war so der Schritt dann, wo du gesagt hast, jetzt werde ich, werde ich Unternehmerin, einfach, weil du gemerkt hast, jetzt, äh, wünsche ich mir, dass ich auch auf irgendeine Weise auch Geld verdienen kann, mit dem, was ich gerne tue. mhm, genau, das ist im Prinzip, ähm, das ist eigentlich, also, ich möchte gerne finanziell unabhängig werden, mit meinem Herzensprojekt, und da, äh, rauf arbeite ich jetzt hin, genau. und welches sind aktuell so deine grössten Herausforderungen in dem Bereich? Äh, tatsächlich die, äh, Facebook-Gruppe aufbauen, ne, also es ist ja nicht so, dass, äh, ich jetzt da irgendwie bei Facebook die Gruppe gegründet habe, und alle, äh, ne, laufen da auf jeden Fall ein, und jeder will da dabei sein, oder jede will dabei sein, sondern dass ich jetzt einfach tatsächlich, ähm, ähm, die Frauen, die zu mir passen, erst mal finden darf, ne, und, äh, die Frauen, äh, werden dann, ähm, weitere Frauen einladen, wenn ich den Mehrwert biete, ne, durch diese Gruppe, das ist mir schon klar, aber, dass es erst mal für mich, weil es für mich relativ neu ist, ne, diese Kaltakquise sozusagen zu betreiben. Ähm, genau, also für mich ist, ich bin, komme gar nicht aus dem kaufmännischen Bereich sozusagen, ne, und für mich war das halt schon eine Prozedur, diesen Gedanken, oh, ich drehe den Frauen ja etwas an, abzulegen, ne, so, weil, das ist ja Quatsch, also, äh, ich drehe denen ja nichts an, sondern, ich will, äh, äh, dass die ein schöneres Leben führen. Und ich möchte ja gerne, dass die, ähm, meine Methoden und Werkzeuge kennenlernt, damit die einfach so eine Abkürzung da auch haben, ne, und diesen Gedanken erst mal abzulegen, dieses, ah, ich bin ja so Klinkenputzermäßig jetzt hier bei Facebook unterwegs, das ist eine Herausforderung für mich jedenfalls, ne, und, ähm, das dann auch tatsächlich zu machen, also, die Frauen anzuschreiben, dann nicht zu denken, oh Gott, was denkt die jetzt bloß, oder, ne, sondern einfach im Hinterkopf immer zu haben, nee, ich biete dieser Frau einen Mehrwert. Eigentlich, wenn die in die Gruppe kommt und sie erlebt, was wir da mal alles, also, was ich da alles anbiete, dann wird sie, die wird mir so dankbar sein dafür, ne, das ist, diesen, diesen, also, diese, diesen Wechsel gerade in meinem Kopf oder in meinem, in meinem Herzen sozusagen, wobei, im Herzen habe ich das in meinem Kopf, äh, diesen Wechsel da, äh, hinzubekommen, das ist gerade die grösste Herausforderung. Also, dass der Kopf noch irgendwie sagt, du willst nur was verkaufen, du bist noch nicht dort, äh, wo du bist, oder du bist noch nicht gut genug und, und dein Herzen weiss aber eigentlich, den, kennt den Mehrwert, den du, den du bietest und, okay, ja, genau. Und was hilft dir gerade so, diesen Verstand mit dem Herzen zu verbinden oder das mehr so in Einklang zu binden, diese, dieser Glaubenssatz auch wieder, ähm, neu zu definieren? Mmh, ähm, ja, ich gehe einfach in mich und, und, und weiss ja, dass, also, das ist halt auch wieder dieses Fühlen, weil das ist ja auch eine Angst, die irgendwann mal entstanden ist. Ja, und die sie jetzt gerade zeigt und auch die darf ich mir halt angucken, ne, woher kommt das, was, wann ist das passiert? Und ich bin mittlerweile eh so, dass ich, wenn ich merke, da ist etwas, was, äh, ich alleine nicht bewältigen kann, dass ich mir auch tatsächlich ein Coaching buche, ne, 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 also ich habe jetzt am Mittwoch selber nehme ich ein Coaching von einer Greater-Kollegin von mir, die, äh, ne, warum soll ich denn mit, also, wenn mich etwas zu stark herausfordert, warum soll ich damit alleine sein, ne, und dafür sind die Menschen ja da, ne, und, ähm, äh, das mache ich und, ähm, ich, äh, habe auch eine gute Bekannte, die, äh, mir immer sagt, weil ich sage immer, ja, ich habe dann immer so ein bisschen Angst zu scheitern oder so, ne, und sie sagt dann immer, wer definiert das denn? Also, wann scheiterst du denn? Bist du, scheiterst du, wenn du nach einem Monat nicht, äh, genug Frauen in deiner Gruppe hast oder scheiterst du, äh, erst irgendwie im halben Jahr oder, ne, ne, du bist ja diejenige, die das halt festlegt, ne, ne, wann ich scheitere und, ähm, ja, so diese Mischung daraus, dass ich weiß, dass ich einfach wirklich, wirklich wertvollen Content den Frauen bieten kann und dass ich geduldig sein darf, ne, das, das lässt mich einfach eigentlich dranbleiben und es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie die Kurve heißt, diese Erfolgskurve, ne, also, dass man halt erst mal eine bestimmte Zeit investieren darf, bis es dann sozusagen, ähm, wie heißt das denn, ne, also, dass es nicht proportional, sondern durchstartet, sondern, weißt du, was ich meine? Also, exponentiell, oder wie heißt das? Exponentiell, genau. Danke, genau. Dass es dann einfach mal exponentiell durchstartet, ne, und, ähm, das ist das, was mich halt auch noch dran, also, dass ich dranbleibe, ne, dass ich da halt auf diese Kurve sehr, sehr stark hoffe halt. Ja. Ja, aber ist ja auch schön, wenn du im Austausch bist und dir auch wirklich Hilfe holst und dann, ich glaube, das bestärkt mich auch immer, wenn ich ungeduldig werde, es passiert so nicht, aber wenn ich dann höre, ja, es ist vielleicht normal, aber warte nur, folge deiner Intuition und das kommt. Ja. Und gab es so, gab es auf deinem Weg jetzt so ein grösserer Misserfolg, oder so einen Rückschlag, und wenn ja, wie bist du daraus wieder herausgekommen oder wie bist du damit umgegangen? Ähm, kann ich gar nicht sagen, also, ähm, ich habe zuerst, als ich mit dem Podcast gestartet bin und dachte, okay, das wird jetzt mein Durchbruch sein, ne, ich werde jetzt mit Affiliates und sowas, werde ich da, ähm, finanziell frei werden und so, und dass ich merkte, dass es nicht mein Weg ist, ähm, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen doof angefühlt, ähm, dass ich da halt, äh, nicht den Weg gehe, ähm, ich habe es aber auch wieder durch eine Entscheidung gesagt, nee, ich habe mich ja entschieden, ähm, diesen Podcast nicht zu monetarisieren, weil sich das für mich nicht gut angefühlt hat, ne, warum auch immer sich das nicht gut angefühlt hat, ob es eine Angst war, ne, davor, dass ich dachte, was denken die Frauen, wenn ich es tue, oder so, vielleicht ändert sich das ja auch noch in, 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 äh, Zukunft, ne, das weiß ich noch nicht, aber eigentlich, ähm, ich sag mal, durch die Coaching-Ausbildung habe ich auch einfach gelernt, dass alles, was mir im Leben begegnet, mir das Leben schenkt, dass ich daran wachsen darf, und, ähm, jede Herausforderung, also früher habe ich das immer als Problem betitelt, mittlerweile ist das für mich immer eine Herausforderung, dafür bin ich immer dankbar, weil die mich ja, ähm, dazu bringen, kreativ zu sein, und nach Lösungen zu suchen, weißt du, ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob ich jetzt irgendwie so ein, also, jetzt in der, in der, in der, ähm, in meiner Persönlichkeitsentwicklung war das so, ne, ich weiß jetzt nicht, ob du auch generell im Leben meintest, oder? Also jetzt eher auf, ja, genau in der Persönlichkeitsentwicklung, auf diesem Weg, aber vielleicht, wenn du gerade etwas generell im Leben merkst, oder dich erinnern kannst, dann gerne auch, auch, auch diesen Rückschlag, ja. Mhm. Also, ähm, ich sag mal, so der größte Rückschlag in meinem Leben war eigentlich, ähm, die Beziehung mit dem Vater meiner Tochter, aber es war auch gleichzeitig wirklich das größte Geschenk, was ich bekommen habe, weil ich bis dahin immer wieder einen bestimmten Typ Mann in mein Leben gezogen habe, und ich hab's da irgendwann, äh, dann auch tatsächlich realisiert, ne, nach fünf Jahren Therapie, dass es immer dieselbe, also dieselben Eigenschaften sind, die ich da irgendwie in mein Leben ziehe, und das war aber so, ich sag mal, wir haben uns beide einfach überhaupt nicht gut getan, und das war so die Krönung von, von diesem, äh, von diesem Muster, ne, also, das war die schlimmste Zeit, muss ich sagen, meines Lebens, aber gleichzeitig auch die schönste, weil, ne, dadurch ist halt meine Tochter ja entstanden, ne, die einfach wirklich eins der, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ne, also, ich glaub, jeder, der, oder die ein Kind hat, weiß, was ich jetzt meine, das ist halt einfach das, das wunderbarste Wesen, in meinem Leben, und, und, ähm, ich bin ihr so dankbar, dass, dass, ne, dass ich auch durch sie schon so viel, ähm, erreicht habe, ne, und ich hab, ähm, in der Zeit, wo, wo es so wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd war, ne, also, weil er halt auch psychisch, ähm, sehr angeschlagen ist weiterhin, ne, also, er ist halt, er hat mehrere Diagnosen bekommen mittlerweile, weile, und, ähm, hab ich für mich, äh, in kürzester Zeit, also, wirklich so konzentriert, so, als hätte man sich, sag ich mal, ein Schokolade überfressen, wo es halt, ne, es war keine Schokolade, die ich da mit ihm bekommen habe, ne, aber ich will, ne, das andere Wort nicht im Mund nehmen, also, ich will das, also, ne, als hätte ich mich einfach selbst geheilt in dieser Zeit, oder nicht selbst, sondern durch ihn, mit ihm, ähm, ähm, geheilt, sozusagen, ne, und danach war das wirklich, ähm, weg, spannenderweise, also, danach kamen Männer in mein Leben, die einfach, ähm, völlig, ähm, anders sind, also, die im Leben stehen, die wissen, was sie wollen, die ihr eigenes Geld verdienen, und das war für mich halt vorher immer, äh, K.O.-Kriterien, ne, ich wollte ja genau das, äh, das Gegenüberliegende, alles so kaputt, kein Geld, keine, keine Ziele, das war so, äh, mein Muster damals. Wow, aber sehr, sehr schön eben auch, zu sehen, dass, das eigentlich, dass jede Herausforderung, auch das, das schönste Geschenk sein kann, äh, das uns das Leben bietet, und uns vielleicht immer wieder bietet, wenn wir es noch nicht gesehen haben, damit wir, damit wir wirklich daran wachsen können, sehr inspirierend sicher. Ähm, äh, jetzt, äh, käme ich schon gerne zu der schnellen Fragerunde. Bist du bereit? Klar, immerher damit. Super. Ich glaube, da weiss ich die Antwort schon, aber ich frage sie trotzdem, was hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ähm, in mich hineingehen, meine Intuition, mein Bauchgefühl. und welches ist der wichtigste Tipp, der du deinem 20 Jahre jüngeren Ich mitgeben würdest? Ähm, sei weich, weicher zu dir. Und welches ist der beste Ratschlag oder Tipp, den du selbst jemals erhalten hast? Boah, das sind in letzter Zeit so viele Gute, ich kann das sagen. Ähm, ja, ähm, entscheide dich. und welcher Schritt oder welche Entscheidung hat dich bis jetzt am meisten weitergebracht und ist maßgeblich für deinen jetzigen Erfolg und dein Leben, so wie es ist, verantwortlich? Die Beziehung zu dem Vater meines Kindes, also meiner Tochter. Jetzt ergänze bitte diesen Satz, am meisten bereuen würde ich, wenn ich mein Herzensprojekt nicht zu 100% leben würde. Oder Freiheit bedeutet für mich? Äh, dass ich ähm, weiterhin arbeite, aber dass ich nur noch das mache, worauf ich zu 100% Lust habe. Und das, was im Leben wirklich zählt, ist? Dass ich mich selbst liebe, denn nur so kann ich auch selbst, äh, nur denn nur so kann ich auch Liebe schenken. Und Glück ist für mich? Meine Tochter im Arm zu halten. Und Erfolg bedeutet für mich, oder meine Definition von Erfolg ist? Wenn ich, ähm, abends ins Bett gehe und, ähm, auf den Tag zurückschaue und sage, ja, das ist heute, ist alles so passiert, wie ich es mir gedacht habe, auch wenn es nicht positiv war. Und Geld ist für mich? Ähm, ein Energieaustauschmittel. Und falls du eine Milliarde Euro oder so gefühlt alles Geld der Welt haben würdest, was würdest du anders machen? Und inwiefern würde sich dein jetziges Leben verändern? Ich hätte meinen Programmiererjob schon gekündigt und würde nur noch, äh, für Mama Speziale da sein, sozusagen, ja. Und richtig gelebt habe ich, wenn ich? Puh, ähm, wenn ich ganz, ganz viele Lachfalten habe, wenn ich alt bin, ähm, wenn, ja, ja, es ist schwer zu, wenn ich erfüllt bin, wenn ich ganz viele Menschen unterstützen durfte, wenn meine Tochter immer noch, ähm, gerne bei mir ist, wenn ich Freunde habe, weiterhin, ja. Und wenn du nochmals von vorne anfangen müsstest, was würdest du anders machen und warum? Ich würde nichts anders machen. Und wenn du alles verlieren würdest und nur noch dein Wissen hättest, wie würdest du da vorgehen? Was würdest du machen, Schritt für Schritt? Dann würde ich, ähm, ja, boah, wenn ich alles verliere und nur noch mein Wissen habe, das ist ja eigentlich, ähm, wenn, also, wenn ich mein Wissen habe, dann habe ich eigentlich nichts verloren, ne? Das ist schwierig, genau, also, puh, kann ich nicht beantworten, weiß ich gar nicht, hätte ich gesagt. Alles gut. Und welches Buch hat dich am meisten weitergebracht und warum? Ja, das ist, genau so, das ist von John Sincero, du bist der Hammer, weil zum einen sie einfach mega cool ist, sie hat so eine erfrischende, tolle Art, ähm, Dinge zu erklären und Dinge zu sehen und, ähm, es ist eine, äh, Persönlichkeitsentwicklung mit ganz viel Leichtigkeit und, und Witz und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und welche Internetplattform oder welches Tool oder so, welche Internetressource ist für dich unentbehrlich in deinem Leben? Äh, mittlerweile ist das tatsächlich, ähm, Confluence, weil ich da halt, äh, drüber alles mache, ähm, ne? Also, mein Redaktionsplan und meine ganzen, äh, so Wissensdatenbank ist halt dort hinterlegt, ne? und natürlich alle, ähm, Tools, äh, die ich für den Podcast brauche, ne? Also, Libsyn und, und, äh, Audacity und, ähm, Affonic und so weiter, ne? Was man halt für den Podcast braucht, um den, ähm, bestmöglich herauszubringen. Und Facebook auf jeden Fall, ja, weil ich ja da sozusagen meine, meine Zielgruppe erreiche. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, der wirklich auch in Erfüllung geht, was würdest du dir wünschen? Dann wünsche ich mir, ähm, 5000 alleinerziehende berufstätige Frauen in meiner Gruppe. Sehr schön. Jetzt komme ich zu den beiden Abschlussfragen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie, wie findet man so seine Leidenschaft? Oder wie, wie kommt man auf seinen Weg? Oder was, ja, wie, wie findet man heraus, was man wirklich will? Ähm, ich würde sagen, tatsächlich sich Zeit geben, um sich selbst kennenzulernen und da wirklich geduldig sein. Also, ähm, ich habe für mich acht Jahre gebraucht, dass ich diese, ne, diese Vision bekommen habe. Und, äh, vor acht Jahren war ich ja noch nicht mal alleinerziehend, ne? Ähm, ähm, äh, es hat aber einfach diese Zeit gebraucht und diese Entwicklung, dass ich mich so gut kannte, dass ich wusste, was sind denn meine Stärken und wo, ne, für was brenne ich? Also, ja, einfach sich Zeit geben und dranbleiben, ne? Sich, also, sich immer wieder in die Zweisamkeit mit sich selbst begeben. Genau. Und welches sind so die drei wichtigsten Tipps, die du Menschen mitgeben willst, die sich ein freies und selbstbestimmtes Leben wünschen und vielleicht auch davon träumen, ihr eigenes Ding zu machen? Vielleicht auch gerade spezifisch alleinerziehende Mamas, Berufstätige? Ähm, also, der erste Tipp ist auf jeden Fall mit sich selbst beschäftigen, ne? Und auch, äh, der zweite Tipp ist auch sofort, äh, und nicht alleine, weil das ist, äh, ne? Also, das ist Quatsch, das alleine, äh, stemmen zu müssen. Ähm, und der dritte ist, ähm, ja, seine Leidenschaft tatsächlich rausfinden, weil ich glaube, wenn du für etwas wirklich brennst, du dann wirklich, ähm, die Türen geöffnet bekommst, äh, dass du finanziell irgendwann frei sein kannst. Weil das Universum, glaube ich, das sieht, ne? Und das Universum, ich weiß nicht, also, das ist so meine Traumvorstellung, Dass das Universum, ähm, dir das gibt, was du denkst, dass du verdient hast und das ist halt etwas, äh, was du mit Leidenschaft bekommst. Mhm. Danke für diese schönen, inspirierenden Worte und, ähm, zum Schluss, sage doch noch mal kurz, wie, wie, wie finden alleinerziehende, berufstätige Mamas zu dir? Wie kann man dich am besten erreichen und dein Angebot nutzen? Also, entweder, ähm, die Frauen kommen über die Facebook-Gruppe zu mir und zwar ist das die Facebook-Gruppe für mehr Energie und gutes Gewissen, ähm, als alleinerziehende, berufstätige Mama, ähm, oder durch den Podcast, ne? Da ist ein Link auch drin zu der, zu der, also den Shownotes, äh, ist ein Link zu meiner Gruppe. Oder sie suchen einfach nach alleinerziehend, berufstätig, erfolgreich und dann, ähm, bin ich eigentlich meistens schon irgendwie an dritter oder vierter Stelle mittlerweile, ähm, also meine Internetseite heißt alleinerziehend-berufstätig-erfolgreich.de und so kommen die zu mir und dann einfach gerne anschreiben, gar keine Scheu haben, bin ein ganz normaler Mensch und, ähm, ähm, freue mich immer über Kontakt, also bin wirklich, ich kontakte mich sehr, sehr, sehr gerne. Sehr schön, das, das kann ich sicher so bestätigen und genau, ich, ich verlinke auch, ähm, also ich, ich mache auch alle diese Links in die Shownotes und auch den Buchtipp und so kannst du Christina finden und direkt anstreben, wenn du mir jetzt zuhörst und selbst eine, eine, eine alleinerziehende, berufstätige Frau bist und dir ein selbstbestimmteres und freies Leben wünschst. Ähm, ich wäre am Schluss angelangt vom Interview, hast du noch irgendetwas, das du noch mitteilen möchtest, Christina? Ähm, ja, ich, also ich möchte einfach nur den Frauen da draussen sagen, dass es wichtig ist, dass sie, ähm, eine Entscheidung für sich treffen, um in die Veränderung zu kommen und auch einfach ihre Bedürfnissen, äh, ihren Bedürfnissen Raum geben, denn wenn die das nicht tun, dann macht das auch keiner sonst. Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war mega, mega cool für mich auch nochmal, also manche Sätze klar und deutlich von mir, ähm, formuliert zu hören, also war auch sehr, sehr inspirierend für mich. Ja, ich danke dir, Christina, herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, es hat mich, mir sehr Spass gemacht und auch wieder inspiriert und es gibt auch immer wieder so ein Fünkchen, Input an verschiedenen Stellen, die mich auch wieder bestärken in dem, was ich tue. Herzlichen Dank, Christina. Ja, sehr gerne, danke dir. Und ja, ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt und wünsche dir einen super Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Danke dir, ciao, Christina. Tschüss. Hat dich diese Episode inspiriert und vielleicht sogar ein bisschen weitergebracht und neue Perspektiven aufgezeigt? Dann teile sie gerne mit deinen Freunden und auf deinen Netzwerken. Ich danke dir herzlich dafür. Schaue auch gerne auf meiner Webseite unter sinn-unternehmer.com vorbei. Dort warten weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen auf dich. Und eins möchte ich dir noch mitgeben. Folge dir selbst. Folge deinem inneren Antrieb. Denn echter Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du dir selbst folgst. Wenn du dir deinem hinter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.